Willkommen! Ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile einer Willi Schillig-Garnitur und zwar des Modells 24700 Miro in als dreiteilige große Ecke in Leder Z8354. Zum Ersten, das Leder ist einfach klasse. Sie haben hier einen wunderbar weichen und wohligen Griff. Es ist ein Wohlfülleder. Warum? Ja, das Leder hat eine Wachsversiegelung, ein Anilinleder, Rinsanilinleder, 48 Stunden im Fass gegerbt und dann mit einem heißen Wachs versiegelt. Und das Ganze macht es so etwas seifig, sehr angenehm, sehr weich. Die Garnitur ist mittelfest gepolstert, eher ein bisschen launchig, aber gut, mit guter Unterstützung. Ich sitze hier hervorragend. Mit der Kopfschütze ist es natürlich noch angenehmer. Die Linie ist fein, sie sieht gut aus. Entschuldigung, bei mir klingelt es. Ich mache das mal kurz weg. Sieht gut aus. In Form und Tradition der Garnitur Konzeta. Klassisch, kubisch, zeitlos. Sie haben hier viel Platz. Sie brauchen natürlich auch viel Platz. Das ist auch ein Nachteil. Und das Ding kostet, wenn Sie es neu kaufen, um die 7000 Euro. Das ist sehr viel Geld. Warum viel Leder verbraucht. Das Leder ist nicht billig. Also die Gruppe ist das auch wert. Fazit. Miro ist etwas Besonderes für Leute, die einen hohen Anspruch an Form, Funktion, Sitzkomfort und vor allem auch ans Leder haben. Deshalb gönnen Sie sich Miro, wenn auf Sie das zutrifft. Advertising. Bei profischnapp.de gibt es genau diese Garnitur im Frühjahr 2020 zum Schnäppchenpreis. Ein Stück von der Hausmesse. profischnapp.de online, 24 Stunden am Tag. Sie geben bei profischnapp.de im Shop oben rechts 24700 ein und dann kommen Sie auch zu dieser Garnitur. Oder Sie kommen live nach 72186 Empfingen, 50 Kilometer südlich Stuttgart. Wir haben jeden Freitag und Samstag geöffnet. Und nach Terminvereinbarung, Sie dürfen mich natürlich auch anrufen. Ich gehe ran oder rufe zurück. Garantiert keine Telefonanlage. profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markenzofas. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de und Tschüss.